So hallo, heute bin ich mal wo die Grillen zirpen. Hier gibt's Holunder, Klatschmohn, Rosen. Hier ist noch richtig Platz. Grüß Gott. Hallo Kathrin. Das ist der Bäckermeister meines Vertrauens. Von dem sind die ganze handgewergelte Brezeln, die so lecker schmecken. Aber heute sprechen wir von was anderem. Bist du auch im Wengert? Ja, ja, seit aller Neustürm. Ich habe zwar relativ oder recht viel Ahnung vom Backen, aber von den Reben, vom Riesling, weiter oben vom Drollinger, keine Ahnung. Vor allem nicht, wie man Weinberg bearbeitet. Ernsthaft? Keine Ahnung. Du kommst doch aus dem Weinort. Ja, ich kann mich erinnern, als Kind, wie bei Eltern einen Weinberg hätte, aber wirklich, wie man den bearbeitet, was man da zu tun hat. Null Ahnung. Und ich bin ja im Gemeinderat in Gemmerichheim. Und dieser Wengertz, dieser Weinberg, der ist im Besitz vom Gemeinderat. Nicht vom Gemeinderat, sondern von der Gemeinde. Ja. Und wir sind im Frühjahr, April, sind wir mal zusammen gesessen. Und dann hat der Bürgermeister Frahammer gesagt, oh, der Wengert, und in Wengert muss man arbeiten. Aha. Und dann hat er Jürg Lorenz, also auch Gemeinderat, und ich habe gesagt, ja, das probieren wir aus. Super. Das machen wir. Er ist Lehrer von Haus aus. Aha. Also er hat das gleiche Handicap mit dem Wengert schaffen wie ich. Und dann haben wir einen Fachmann gebraucht. Mhm. Und da ist auch der Gemeinderat Max Räuschle. Mhm. Die bewirtschaftet schon Wengert. Ja. Er ist dann mit ins Boot und der Manfred Faescht, also auch vom Gemeinderat. Aha. Ja, ja, und jetzt gehen wir wieder in die Schule. Super, kann man was lernen. Ja, aber so richtig. Wir haben dann tatsächlich angefangen bei Null mit dem Schneiden. Also wir haben quasi einen Wengert Schnittkurs gemacht. Super. Mit dem Max zusammen. Und erstaunlicherweise, also das war dann richtig nett. Die Gämmeringer Ur-Wengert, also die ganz viel bewirtschaften, die haben gesagt, oh Gott, der Bäcker und der Lehrer, die schneiden Wengert, das können wir nicht zulassen. Und dann haben wir am Sonntag, morgens waren wir da und da sind nach und nach sind noch sieben Wengert gekommen von Gämmeringer. Mhm. Und dann waren wir ein Haufen Leute und dann war am Vormittag ruckzuck, war dieser Wengert geschnitten. Eine kleine Hilfe tut auch gut. Ja, aber das war richtig große Hilfe. Und ich war dann erstaunt, wie schnell das bei denen geht, also mit ihrer Akku, mit ihrer elektrischen Schere. Super. Ja, wir haben ein bisschen Bodenbearbeitung gemacht. Der Bauhof hat uns solche Freischneider ausgeliehen. Aha. Und jetzt war gestern wieder so kleine Aktion zum Eistreifen. Also, das ist tatsächlich die Rebe schön zwischen den Drähten. Ich glaube, da kann ich auch noch einen kleinen Beitrag leisten. Ja. So, jetzt wäre er drin. Der war gestern noch nicht so lang. Aha, der ist über Nacht gewachsen. Ja, ja, ja. Ja, guckt er auch so. Aber eure Drähtanlagen sind gut in Schuss, das ist prima. Naja, aber so, also ganz, ganz gut ist der Wengert nicht. Wir machen uns natürlich jetzt auch schon Gedanken, wie das geht, weil man dann Stickel erneuern muss und so. Ja, also der Vollernter hält er nicht aus. Aber ich glaube, wir machen das der Hanna von Hand, oder? Ja, ja, natürlich. Wir haben uns auch dafür entschieden. Also, Glykosfate oder so irgendwas mit Abspritzen, das kommt hier nicht ein wenig rein. Gut. Was wir jetzt nicht hinkriegen, also das ist schon verkackt, sagen wir mal so, mit dem, dass wir das tatsächlich biologisch machen, auch mit dem Spritzen. Da sind wir zu spät. Aber das ist eine Überlegung für nächstes Jahr. Toll. Dass wir hier ein Bio, ein Bio-Wein oder zumindest so in die Richtung was machen. Gut, toll. Und ob das natürlich der Weihnachten einen Bürgermeistertrunk oder einen Ratstrunk gibt, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist das unser Hang zum Alkohol hier. Also, für den ersten Versuch macht euch gar keine Gedanken. Zum Schluss seht ihr es einfach ins Beendenfass. So ungefähr, ja. Genau, so wird es wohl werden. Ja, ja, das ist tatsächlich auch dann für die Gemeinde wieder ein kleines Problem. Also, mit dem Abliefern und Ausbau geht gar nicht. Also, da trauen wir uns nicht. Da haben wir auch auf die Schirr-Handling und so. Die Kelle wären da in Gümmerich, aber. Jawohl. Aber Fässer gibt es glaubt keiner mehr. Doch. Vielleicht findet sich jetzt welche, wenn die Leute es jetzt säert und wieder Bedarf erkennen, dann geht es wieder so wie mit den Fachleuten, die kommen sind und geschnitten haben. Ja, und sagen, hey, wir unterstützen euch, wir kommen durch zu uns. Jetzt zeigen wir euch, wie man ausbaut. Ja. Okay, dann freuen wir uns. Dann weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020